Willkommen zurück, meine lieben lumpigen Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch lumpig werden wollen. Ja, hier zu diesem kleinen Infovideo, ich habe mich für den Hashtag AskLumpy entschieden. Sorry, erstmal wegen dem Gameplay, das ist ein bisschen schlecht, einfach deshalb, weil ich ja jetzt drei Tage weg war. Das war so mit meiner ersten Runden und da lief es irgendwie noch nicht so gut. Also, ihr habt ab heute Zeit, über den Hashtag AskLumpy hier bei YouTube unter diesem Video oder halt bei Twitter, mir eure Frage zu kommen lassen. Irgendeine Frage, die euch schon immer mal interessiert hat. Einfach Hashtag AskLumpy bei Twitter oder bei YouTube und ihr habt Zeit bis Samstag. Und am Samstag drehe ich dann das Video, suche mir halt dann die Fragen raus. Und ja, wann das letztendliche Video dann kommt, weiß ich halt noch nicht, weil ich das halt noch schneiden muss und all sowas. Aber ich denke mal, dann nächste Woche. Also, ihr habt von heute an Zeit, genau jetzt, genau wenn du jetzt gerade hier vorm Rechner sitzt, genau du kannst jetzt die Frage schreiben, bis zum Samstag. Genau, und der Samstag ist der 9. Ja, ansonsten, das war es auch schon wieder von diesem kleinen Info-Video. Wir sehen uns dann übermorgen wieder in einem richtigen Gaming-Video. Bis dahin, bleibt der Lumpik, meine lieben Lumpen, haut rein. Ciao.